Mal was Neues. Unter diesem Motto bietet Ihnen die Maler Blerim GmbH mehr als nur einfache Malerarbeiten. Kreativität und Kompetenz in Farbe und Material. Maler Blerim und sein Team stehen für hochmoderne und ökologische Malerarbeiten. Vom Restaurieren bis hin zur Raum- und Fassadengestaltung. Der Trockenbau ermöglicht Ihnen enorme Kosten- und Zeitersparnisse. Als Trockenbauspezialist berät Maler Blerim Sie ausführlich über die Möglichkeiten des Trockenbaus auf Ihre Wünsche abgestimmt. Sie werden überrascht sein. Im Bereich Wärmedämmung arbeitet das Team rund um Blerim nach neuesten Erkenntnissen mit hochwertigen Produkten. Denn Wärmedämmung ist Profisache. Gerne steht Ihnen Maler Blerim bei der Planung Ihres Projektes zur Verfügung. Noch ein F �äinigen. Noch ein Fortschrückter. Über die Wahl habe ich nicht so drüber, Aber es wird vor den Tätigen,